Ja! Ja! Sieben Minuten vor 11. Wir haben es geschafft. Erschreckliche Oberkunster. Besiegt durch schlecht gewassene Schlüpfer und teilweise geprobte Schulz. Perfektion. Mein Liebbuch ist jetzt ignoriert. Tschüss, schönen Tag. Das Gerät musst du nicht abholen. Die lösen sich auf. Pasiert. Pasiert. Das ist ein Knopf für dich. Du bleibst hier. Paus. Meine Damen und Herren, wenn ich jetzt noch ein Ablaufplan hätte, wo ist sie denn? Ich glaube, wir sind am Ende. Am Ende. Nein, wir haben noch 20 Liter. Meine Damen und Herren. Wir können euch noch hören. Niemand will das. Ja, fick dich. Wir haben noch keine Zeit mehr. Hier stand ein Glas Säck. Ich hasse das Lied. Habe ich gefragt, meine Damen und Herren. Ja, machen wir jetzt einen schönen Urlaub. Ich hab die Kurve hier. 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 Schuhe weg. Und nicht immer beim Grill da rum. Hässlich hässlich. Kariertes Hemd. Hallo. Grün und Schwarz. Trägt... Noch 6 Minuten. Lässt du. Wir haben erneut verhindert, dass... Ich hab gesagt, leg das weg. Ich weiß, wo du... Lasse das doch raus. Hallo. Die Weltkugel. Die Weltkugel. Wir haben verhindert, dass Gitti Reinhard alias Fatima Blush. Rush we rush. Die Weltherrschaft. Darum kann... Wir haben das, finde ich, wirklich wieder schüchternes Darumkeiten gemacht. Du mit deiner, ähm, liebevollen, ähm... Einfachen Art. Abgelenkt, der ja... Großteil der... Wir können euch hören, aber wir können euch nicht sehen. Und wir wollen euch nicht sehen. Und du bist ein bisschen verliebt. Weil das ist wirklich das hartschmerzendste, was sich verliebt mit Felix Kröhl. Nein, das war alles mit kaltem Herzen. Ich hab mich aufgeopfert, um ihn abzulenken, weil er war Teil des Bösen. Ja, aber... Ja... 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 Ich hab... Mir war mir bedenkt. Ach... Apropos so. Schätze mir. Ach... So gut schon. Ja... Eigentlich wollte ich dir die Blumowase geben, aber naja... Meine Damen und Herren, das war John Sinclair im Februar 2016. Sag mir das noch Brüder, oder was? Der Urlaub ist vorbei, oder? Nein! Oh... So...